So, was haben wir hier? Die Adlerfestung ist neu! Vorsicht vor dem Teufels-Adler! Der Teufels-Adler! Was haben wir hier? Bäm! Geh weg! Einfach mal anhalten vorbei! Anhalten vorbei! Okay. Geh mal hier rein. Hier rein. Hier rüber. Lelelelele. Kommt mir nicht zu nahe. Dann da rüber. Und da runter. Wie ich hier wieder runterkomme. Was ist hier drin? Und dein Geheimnis. Ein Fädenbrunnen. Von mir aus. So. Lass mich gehen. Ach, brauche ich nicht. Gehen wir hier hoch. Da! Da! Weg hier! Die lassen mir jetzt noch herzen übrig. Schön. Komm ich nicht weiter. Haben wir schon fast gedacht, dass ich da nicht weiterkomme. Moment. Geh du erstmal weg. Das würde ich mal gerne ausprobieren. Vielleicht ist irgendwo hier was versteckt. Nein, nein, nein! Hallo? Ich lauf da runter zu springen. Hm. Nein, 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 nein. Schade. Immer noch mal eine Frage. Ach ja, Moment. Von oben komme ich wieder runter. Da habe ich da was zum Unterspringen gesehen. Jo, genau hier. Komm mal hier runter. Hm. Joa. Komm auch nicht. Falscher Weg. Da lang wollte ich. So, Frage bleibt weiterhin. Wie kriege ich diesen dummen Kockel zum Fliegen? Oder war das überhaupt der? So. Hört ihr euch. Oder war das überhaupt der, der da im Dorf als Staat rumhockt? Oder hätte man ja nicht nur umsonst das Lied gegeben, mit dem ich lebendige Sachen... äh, tote... Hm. Woher drückt man das aus? Nicht lebendige Sachen lebendig macht. So. Hm. Komm, schau mal hier runter. Äh... Ne, falsche Richtung. Ich gehe nochmal zu dem Gockel. Und wenn ich ihn lieber noch nicht wiederbeleben kann, gucke ich mal eben nach, wie man das denn macht. Weil ich meine, ich bin mir sicher, dass man den irgendwie wiederbeleben muss mit diesem Lied. Beim anderen Gockel würde mir jetzt auch nicht einfallen, den ich wiederbeleben soll. Und wow, ich habe die Karte schon fast komplett erforscht. So. Einen da. Raus da. Oder sagt mir Marin erst noch. Ja. Du musst den Gockel wiederbeleben. Aber ich muss es dir zuerst sagen, sonst klappt es nicht. Hm. Während ich hier sprechen kann, interessiert mich nicht. Hä? Marin? Wo bist du? Wo hast du dich verpisst? Eine Karotte war ja schön. Ich habe mich auch mal in eine Karotte verwandelt, so. Ja, wo ist denn hin? Dummes Mädchen, was haust du einfach ab, ohne mich zu fragen? Hier. Ne, hier wurde auch nur so ein dummes Kanickel. Na gut. Dann laufen wir wieder zurück ins Dorf. Also teleporten uns zurück. Das ist dumme, wenn ich ihn einfach ohne mich abhaut. So. Zack, zack. Hm. So. Dann gucken wir mal. Vielleicht ist sie jetzt wieder da. Bist du hier? Nein. Bist du zu Hause? Nö. Ich wette, ich könnte das Mädchen auf der ganzen Insel suchen. Sie ist auf gar keiner Map. So. Gucken wir mal. Hier ruht der fliegende Gockel. So. Und hier ist mein Lied dazu. Äh. Start. Ja. Ich will das Lied spielen. Hier. Nimm mein Lied. Werde lebendig. Dummer Gockel. Gut. Kurzer Schnitt. Ich guck mal eben nach, wie man den wiederbelebt. Jo. Da bin ich wieder. Und das war einfach. Das war ganz einfach. So. Geh weg. Ja. Einfach zur Seite schieben. Auf Lied hier bin ich natürlich nicht gekommen. Und hier müssen wir das Lied spielen. den Cretan Wrap. Da kommt etwas. Was blau, gelb schimmert. Es fliegt in die See, in den Knochen rein. Denn. BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. Ich hab den Gockel. Wow, den Gockel lebt ja wieder. Und jetzt scheint er auch zu sein. Mitkomm. Ja, ja, ich hab den Gockel. So. Lass mich durch. So, jetzt haben wir endlich den Gockel. Ja, so einfach kann es sein So, was ich auch mal ausprobieren wollte, mir hat jemand gesagt Wenn ich Bomben und Boomerang habe und gleichzeitig Kann ich irgendwie die Wenn ich gleichzeitig drücke, kann ich dann irgendwie die Bombe Mit dem Boomerang schießen lassen Moment Hm, ne, irgendwie klappt es bei mir nicht Schade Hätte ich gerne mal ausprobiert So, komm mit Und weh, du teleportierst nicht mit mir Schlage dich, du dummer Gockel Brava Gockel Hm, das hole ich mir doch noch Boomerang, hol es mir Ach toll, sowas kommst du gar nicht Ja, aber ich werde das gleich nochmal brauchen Jej Ich kann mit dem Gockel fliegen Merke ich gerade Stimmt ja Hahaha Ich fliege überall euch drüber Ich fliege überall euch drüber Ne, 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 ne Kriegst du mich nicht Ne, 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 ne Kriegst du mich nicht Ne Das finde ich geil Bäm So, gehen wir mal hier hoch Jetzt habe ich auch noch einen schönen Gockel Mit dem weißen Hintern Ne, 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 ne Kriegst du mich nicht Kriegst du mich nicht Ne, 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 ne Schön Ich mag den Gockel So Weg da Weg da Und das schön ist, die Gegner können einen nicht mehr erwischen Schön Wie raum ich da hinten dran Komm, äh, ja Gockel, du hast mich enttäuscht Du hast mich nicht aufgefangen Egal Gockel ist trotzdem cool Muss ich nicht das einfach runterschieben Hier Da Boah Schade Kann ich nicht Obwohl Boah Einfach hier rum So Nochmal hoch Und rum Muss ich nicht extra hier Items wechseln Der Gockel ist cool Ich habe dich wiederbelebt Du musst mir gehorchen, Gockel Gockel Hilf mir da hoch Ich habe keinen Bock zu schwimmen Nein Jetzt bin ich doch nass geworden So Wo war das jetzt Jupp Hier war das Hauen wir uns erstmal den Adlerschlüssel Gockel So Da weg Da weg Da weg So Komm her Und jetzt fliegen wir mal mit dir hier rüber So Ich habe zuvor Bin jetzt meine Feder rauszuholen Habe ich eine Adlerschlüssel Yay Und hier So Komm Wir gehen weiter Es gibt noch viel zu erkunden Stimmt mit dem Gockel könnte ich da am Schloss jetzt dran Vorbei Läuft er jetzt den ganzen Weg nochmal extra dafür zurück Für wahrscheinlich nur ein Herzteil Das ist die Frage Au Was war hier hinten noch mal Ich war auch nochmal drüber Lalalala failed Oder hatte ich das hier hinten schon Schau nochmal schnell Ich bin mir gerade nicht sicher Ob ich hier hinten auch alles geholt habe Vielleicht war ja was, wo ich auch nicht weiterkam. Au. Ja, hier ging es runter. Aber konnte ich jetzt hier weiter oder nicht? Das weiß ich nicht mehr. Moment, nehmen wir dich mal mit, Gocke. Bin wir hier rüber. Ich weiß es nicht mehr. Ach, ja. Ich Idiot. Hier ging es zum achten Dungeon. Dann brauche ich keinen Gockel mehr. Na, doof. Na gut. Da ich jetzt schon hier bis zum achten Dungeon rübergegangen bin, kann ich auch direkt mal wieder runterspringen. Und zurück zum Anfang laufen. Wieder runter. So. Fliegen wir mal hier rüber. Na komm, dann holen wir uns eben mal das, was da am Schloss ist. Vielleicht ist es ja auch eine Zaubermuschel. Dann fehlt mir nur noch eine. Au. Ich habe jetzt auch keine Lust, die ganze Zeit mit dem rumzufliegen. Sehr lame. Wenn ich selbst nicht mehr rumlaufe. Okay. Dann kann ich anscheinend nicht vorbeifliegen. Äh, das war richtig. Och. Ich manchmal vergesse einfach mal A zu drücken. Oder B. Um zu greifen. Ja, ja. So einen Zaubertrank habe ich zur Zeit, glaube ich. Äh. Dummer Vogel. Guter Vogel meine ich nicht. Dummer Vogel. Wo wir gerade hier sind, können wir auch nochmal das Fotoalbum angucken. Show me my Fotoalbum. Was habe ich denn bisher alles? Die haben teuer das Dieb. Ja, ich möchte. Ah, da hinten, glaube ich, ist ein neues. Ja. Das hier war das neue, ne? Von eben. Hm. Äh, nein, nicht drucken. Schade. Drei Fotos habe ich nicht bekommen. Das hat jetzt schon etwas länger. Das mit dem Sora. Naja, ich Dieb. Was ist mit dem Ding? Also eins meine ich war noch mit Marin und die anderen beiden weiß ich nicht mehr, was die nochmal waren.